Du haltest auf. Kommen wir mal rein, ihr beiden. Du haltest auf. Kommen wir mal rein. Gewohnt. Und Steffi, hallo. Ach, ihr Schweine. Ey, ihr Schweine, das ist ja alles geplant. Das gibt's. Nee. Ich bin Sprachlos und ich kann nicht sagen. Wir laufen hier die Tränen runter. Mann, ey, was macht ihr denn hier mit mir? Steffi, sag mal, Mann. Du bist doch Vorbereitere. Auch nicht viel mehr. Ja, aber es wird mir jetzt einen trinken gehen, wenn es ein reicherer Mann hierher geht. Ich hoffe, das machen wir auch gleich. Scheiße. Steffi, hast gestern erst mal von der Fahrt an, dass du Sanka den sucht. Jetzt bist du hier. Wie geht's hier? Ja, mir geht's gut. Und ich hab mir gedacht, wenn Sanka so eine Aktion will, dann muss ich auch irgendwas machen, so wie wir uns heute kennen. Du hast so scheiße aus, Steffi. Wirklich. Nein, total. Du hast mich gar nicht gestylt. Gerade ausgerechnet, heute musst du kommen. Du hast total abgenommen, du Sau. Es ist so. Ich bin halbarten. Das war's für heute.